Herzlich willkommen auf unserem Social Investing Kanal hier auf Aktienlust TV mit unserem Partner eToro. Ja, wir haben ja für die Platinum Kunden von eToro den Social Investor Börsenbrief aufgelegt, in dem wir natürlich über die Märkte sprechen, in dem wir Strategien vorgeben, erfolgreiche Trader vorstellen und vieles, vieles mehr. Also Grund für Sie, Platinum Kunde von eToro zu werden, denn der Brief kostet eigentlich 700 Euro rund. Und Platinum Kunden haben diesen umsonst. Und hier begleitend veröffentlichen wir einmal in der Woche ein Video zu der Empfehlung der Woche, die wir in dieser Woche ausgegeben haben. Und da haben wir uns für die Aktie von Facebook entschieden. Warum Facebook? Ja, die Aktie war ja im letzten Jahr 2018 kräftig unter die Räder gekommen, nachdem ja dieser Datenskandal publik wurde. Mark Zuckerberg musste ja praktisch im Kommunionanzug vor den Kongress treten und Rede und Antwort stellen und mehr Kulber, mehr Kulber machen. Und vor allen Dingen zusichern, massiv zu investieren in Datensicherheit. Und das hat Facebook auch getan. Natürlich, Analysten damals haben gesagt, okay, die Story ist rum, das geht auf die Margen, Umsatz, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Natürlich auch auf das Ansehen von Facebook selbst. Aber siehe da, nachdem die Aktie sich im Kurs halbiert hat, gab es schon Gegenspekulationen darauf. Und mit dem jüngsten Quartalsbericht hat Facebook eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Werbekunden nach wie vor Facebook die Treue halten, dass der Konzern nach wie vor sogar im Kundenwachstum noch zulegen kann, obwohl man ja bereits 2,3 Milliarden Menschen als Kunden hat. Und natürlich auch der große Vorteil, man hat ja die Konkurrenz im eigenen Haus, nämlich mit Instagram. Manche, die ja von Facebook abwandern, gehen zu Instagram. Das gehört natürlich auch zu Facebook. Und nicht zu vergessen natürlich die Tochter WhatsApp. Ja, Mark Zuckerberg hat nach wie vor zugesichert. Er wird weiterhin viel investieren in die Datensicherheit, dass solche Vorfälle sich nicht wiederholen. Das kommt natürlich auch gut an. Es geht erstmal zu Lasten der Margen, aber wenn man sich die Zahlen eben anschaut, natürlich macht Facebook nach wie vor einen hohen Gewinn, auch nach wie vor hohe Cashflows. Man investiert auch nicht nur in Datensicherheit, sondern auch in weiteres Wachstum. Das kommt natürlich auch gut an. Und vor allen Dingen kürzlich die Äußerung von Mark Zuckerberg, dass er Facebook weiterentwickeln möchte. Ja, er bezeichnet Facebook aktuell eigentlich so als öffentlicher Marktplatz, wo man miteinander kommuniziert, wo man sich austauscht. Und er möchte jetzt hier auch noch eine Art Wohnzimmer einfügen, was so diskret ist und so geschlossen ist, dass selbst Facebook natürlich nicht an die Daten herankommt. Man möchte damit natürlich neue Wege beschreiben und man will da das WeChat folgen. Das ist ja der größte Messenger in China. Eigentlich ist WeChat mal als Abbild von Facebook entwickelt worden, aber man hat das weiterentwickelt und jetzt geht Facebook her und kopiert die Vorteile von WeChat, weil eben über diese Plattform in China die Menschen Taxis bestellen, Einkäufe tätigen und so weiter. Also das ist dort die App überhaupt. Und diese super App möchte Mark Zuckerberg eben aus seinen Diensten WhatsApp, Facebook, Instagram in irgendeiner Form demnächst bauen, zusammenstellen und natürlich damit neue monetäre Möglichkeiten erschließen. Aber wie gesagt, schon aktuell ist die Aktie alles andere als teuer. Und wenn man sich jetzt auch die Entwicklung der letzten Wochen sieht, gerade seit Jahresbeginn mit Abstand der größte Gewinne unter den sogenannten Fangaktien, die IT-Giganten, da hat Facebook aktuell die Nase vorn. Und man hat eben mit dem Rückenwind der Zahlen nicht nur den Ausbruch geschafft über die 200-Tage-Linie, man hat danach etwas korrigiert, es gab ein bisschen Gewinnmitnahmen. Aber zuletzt eben mit diesen Aussichten auf diese neue Super-App, die Zuckerberg ins Spiel gebracht hat, geht es wieder nach oben und neue Jahreshöchststände sind schon wieder erreicht. Und damit eigentlich ist auch der Weg frei wieder zu den alten Höchstständen. Und wenn wir uns die Fundamentaldaten eben anschauen, nach 55,8 Milliarden Dollar in 2018 gehen Analysten aktuell von rund 70 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Jahr und 84 bis 85 Milliarden Dollar im nächsten Jahr um, das KGV liegt um die 20. Also auch das ist alles andere jetzt als übertrieben teuer für solch ein Unternehmen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wenn diese Investitionsphase in diese Sicherheit erst mal wieder ein bisschen vorbei ist oder reduziert werden kann, natürlich auch die Margen wieder wachsen. Und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass Facebook auf dem amerikanischen Heimatmarkt ungefähr das Drei- bis Vierfache pro Nutzer verdient, wie in Europa, ganz zu schweigen natürlich von den Nutzern in den Schwellenländern, dann sieht man einfach, was hier noch für ein Potenzial in der Aktie steckt. Jetzt kommen wir natürlich darum, diese Aktie auch zu kaufen auf eToro. Wie geht das? Wir schauen uns die Plattform wieder an. Wir sind hier bei der Aktienlust, unser Konto, was wir hier haben als Beispiel und wir suchen nach der Facebook-Aktie. Also das Kürzel, Sie sehen es, gleich taucht es auf, FB für Facebook stand gestern 169,60 Dollar und diese Aktie, die wollen wir jetzt kaufen. Dann gehen wir auf Träten und jetzt haben Sie wieder diese beiden Möglichkeiten. Sie können jetzt Einheiten der Aktien kaufen, da gehen Sie auf den Button Einheiten und sagen, Sie wollen 10 Facebook-Aktien kaufen. Dann können Sie diese Order theoretisch platzieren. Aber nicht mit dem Hebel 5, wie jetzt aktuell noch vorgesehen ist. Dann kaufen Sie ein CFD, sondern eben mit dem Hebel 1. Dann kaufen Sie auch die echte Aktie. Dann können Sie auch noch Ihren Profit einstellen oder Ihren Stop-Loss. Das können Sie jetzt nach dem Betrag machen. Natürlich, wenn Sie jetzt 100 Dollar, 10 Aktien kaufen, dann kaufen Sie eben für 16, 190 Dollar die Aktie und würden Kasse machen bei 848, das könnten Sie ändern. Sie sagen also, Sie wollen hier auf jeden Fall wenigstens, können Sie auch rund machen, 1000 Dollar einfach als Profit dann realisieren. Dann wird automatisch verkauft. Sie können diese Schwelle hochsetzen und Sie können natürlich auch den Stop-Loss reduzieren, reduzieren, wenn Sie das wollen. Auch das ist möglich. Oder aber, Sie kaufen eben nicht Einheiten, sondern Sie kaufen einen Betrag. Und da können Sie aktuell bei eToro ab 500 Dollar kaufen. Das soll aber auch noch reduziert werden, dass es eben auch Aktien sparen möglich ist, dass Sie da auch eben da agieren können. Jetzt sind wir wieder bei Einheiten. Ich will aber Betrag machen, also 500 Dollar und ich nehme mal 5000 Dollar jetzt hier. So, jetzt habe ich den Profit bei zweieinhalb und den Stop-Loss bei zweieinhalb. Das ist mein virtuelles Konto hier, was ich mache. Und diese Order wird jetzt platziert, weil der Handel in den USA noch nicht offen ist, erst heute Nachmittag. So, und dann wird diese Order platziert und heute Nachmittag ausgeübt. Also wie gesagt, aktuell können Sie eben ab 500 Dollar eine Aktie kaufen mit dem Faktor 1. Sie kaufen die echte Aktie. Das soll auch noch reduziert werden im nächsten. Also ich wünsche mir eigentlich, dass das ab 100 Dollar möglich wäre. Dann können Sie auch peu a peu Aktien kaufen. Aber heute geht das schon natürlich. Nehmen Sie das Beispiel Amazon. Die kostet eben 1700 Dollar. Da können Sie auch für 500 Dollar ein Bruchstück eben der Aktie kaufen. Aber heute geht es eben nicht um Amazon, sondern um Facebook. Hier sehen wir die Perspektiven wirklich exzellent für die nächsten Wochen, für das laufende Jahr. Das könnte der Trendsetter sein, eben unter den großen IT-Aktien. Unsere Empfehlung der Woche im Social Investor. Und natürlich für Sie hier im Video nochmal aufgearbeitet auf Aktienlust TV. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ihr Jürgen Schmidt.